Ja, an der Leitung habe ich jetzt Roman Bundy. Und Roman Bundy ist ein neuer Teamleader. Ich bin wirklich sehr begeistert darüber, dass Roman Teamleader geworden ist. Roman, bist du da? Ich bin da. Sorry Martin. Ja, sorry. Hey Roman, unglaublich. Hast du das voll geschafft Teamleader. Wie fühlst du dich? Ja, fühlt mich gut. Es ist noch etwas lang, aber es ist immer gut, dass man etwas gut auf beide zieht. Eben, ich war mal bei dir. Du hast einen wunderschönen Darts Club in Zürich, gell? Genau. Da haben wir mal einen Abend gemacht und dann bist du an die Veranstaltung gekommen, dort im April. Ja, und du hast sonst ein Haufen zu tun, aber tust du das Geschäft nebenbei machen? Entschuldigung? Genau, ich mache das Geschäft nebenbei, weil ich 100% noch zur Verfügung bin für meinen Darts Club, welches auch immer aufgebaut ist, den ich jetzt seit zwei Jahren habe. Und nebenbei noch andere Projekte am Laufen, aber mit Globalis fühle ich mich sehr wohl. Ein super Produkt und ich kann mir nichts besser vorstellen. Wow. Und du, Roman, du hast mir mal erzählt mit den Produkten, was hast du erlebt? Weil das ist ja sehr eindrücklich, auch deine Produktstory, gell? Ja, ich habe viele Sachen ausprobiert, weil ich bin im Nachtleben zu tun gehabt. Immer Nachtarbeit, immer schlechter Schlaf, also nicht richtiger Schlaf, dass ich im Abend schlafen kann, sondern jetzt mal am Morgen früh, dann jetzt mal am Tag. Und das geht einem richtig auf die Ressourcen her. Und ich habe lange etwas zugekommen, damit es helfen kann, damit ich mehr Power wieder habe, auch besseren Schlaf kann. Und seit dem Tag habe ich das natürlich als Grund. Schlafst du besser, oder? Ja, viel besser. Nicht nur das. Ich habe mehr Energie, ich habe mehr Power. Und wenn ich noch kurz schlafe, bin ich sehr aufgeschlafen und dann am Tag wirklich Ab und Energie. Wie viele Tachen nimmst du pro Tag? Ich nehme eins am Tag, das reicht mir. Eins Tachen? Ja. Das ist ja verrückt. Die meisten nehmen ja... Die meisten nehmen ja zwei, oder sogar. Ja, ich weiss, aber wir reicht wirklich eins am Tag. Das ist unglaublich. Nimmst du auch schon mit Eterno? Ich nehme es auch mit Eterno, ja. Und was sagst du bei Eterno? Hat er das heute gesprochen? Ja, bei Eterno hat mir noch mehr Energie gegeben, weil ich jetzt auch wieder angefangen habe mit Joggen und EMS-Training und alles. Und ich fühle mich dann auch wieder noch bildlicher. Und habe ein bisschen mehr Power. Und das habe ich heute im Training gemerkt. Ich habe mich auf der höchsten Stufe laufen lassen, bloß noch die Übungen dazu. Und es sind in 20 Minuten quasi 420 Kalorien, die verbrennt halt. Wow. Und... Ja, und normalerweise machen die 200-220 in diesen 20 Minuten. Ja, ah, ok. Also, du gibst ja dann Produkte, also du tust die Produkte wie du Geschäft aufbauen, oder? Ich glaube, wenn du solche Produktresultate hast, dann kannst du natürlich auch voll dahinter stehen. Aber das merken doch wahrscheinlich die Leute, oder nicht? Ich stehe 100% drin. Das haben auch viele Leute, die das nicht angeguckt haben. Ich habe immer mehr Leute, die das preferred Customers nutzen und auch sehr sehr glücklich sind über das Ganze. Super. Was sind deine Ziele, Roman? Ja. Was sind deine Ziele? Was ist... Wie siehst du... Ja, meine Ziele ist sicher mal, die nächste Stufe zu erreichen. Immer auch. Team Leader und sicher auch die MÖ zu erreichen. Das ist mein Ziel, dass ich das bis im Dezember geschafft habe. Ja, gut. Da gehen wir jetzt noch ein bisschen an. Gut. Du hast gute Leute im Team und wenn du Hilfe brauchst, du weisst, wir sind immer da für die Unterstützung. Genau. Das ist super. Ich gratuliere dir, Roman. Danke mal. Und weiterhin viel Erfolg. Danke für deine Zeit. Danke Martin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.